Hi, Gute Wie zu HellDragonLP und ich begrüße euch zu einem weiteren Player Review und zwar freue ich mich heute Hiroyoshi Kiyotake euch vorstellen zu können, denn natürlich ist er untergegangen, weil er ein Neumra-Spieler ist und wird von vielen nicht wahrgenommen. Auch er hat einen Positionswechsel vollzogen, genauso wie Draxler von linken Mittelfeld zu einem ZOM-Spieler und das finde ich wunderbar. Schauen wir auf ihn, 80 Übersicht, 76 Antritt, 89 Beweglichkeit, 86 Balance, 83 Reaktions-Sprint-Geschwindigkeit, 68 Ballkontrolle, 82 Flanken, 84 Effet, 86 Dribbling, 79 Freistoßpräzision, 87 Lange Pässe, 82 Kurze Pässe, 80 3 Sterne jeweils auf dem schwachen Fuß und Spezial, Mittel-Mittel-Arbeitsrat, ein Freistoß-Spezialist ist er und ein Akrobat. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen, denn es wird ein bisschen länger, was einfach an Kiyotake liegt. Fangen wir mit seinem Tempo an. Ihr seht, das ist eigentlich gar nicht so langsam, was er da auf dem Bildschirm sieht. 76 Antritt, 68 Endgeschwindigkeit. Also er ist wirklich sehr spritzig, finde ich. Auf der langen Sicht hinaus hat es mir eigentlich gereicht, weil ich finde, diese wichtigste, meiner Meinung nach, ist immer der Anzug und der passt bei ihm. Jetzt sind wir eigentlich schon bei seiner Stärke, aber die Stärke über wird das ganze Video über sein. Seine Standards. Er hat 87 Freistoßgenauigkeit. Das ist ja dann auch nochmal gepaart, weil jetzt sowas hier, was ihr gerade seht, hat ja auch was mit Flanken zu tun. 84 Flanken, 80 Übersicht, Lange Pässe, 82 und EFE von 86. Ich kann euch sagen, leider bin ich, obwohl ich sieben Spiele gemacht habe, nicht sehr häufig zu einem Freistoß gekommen. Aber die Freistoße sind genauso brandgefährlich wie zum Beispiel von einem Marco Reus. Egal, obwohl er eine nicht sehr hohe Schusskraft hat, von 75 hat er da, muss ich sagen, kommen auch die weiten Freistoße sehr gefährlich. Jetzt kommen wir zu dem, was oder warum ich mich dazu auch entschlossen habe, Kyo Tago euch auch vorzustellen. Dieser Mann ist eine absolute Passmaschine. Ihr habt jetzt schon bereits zwei, glaube ich, Vorlagen schon gesehen. Hier kommt dann wahrscheinlich jetzt nicht die dritte, weil Höger ihn verzieht. Es ist unfassbar, dass seine Pässe immer ankommen. Es ist unglaublich. Ihr werdet jetzt sagen, ja, übertreibt mal nicht. Ich schwöre bei Gott, dass es wirklich so ist. Es ist unfassbar. Ich war so hin und weg. 80 kurzer Pass, Lange Pass 82, eine Übersicht nur von 80. Das ist jetzt, wo ich sagen würde, dass, also wo einige sagen würden, das ist gut, aber so wie er sich spielen lässt und wie ihr jetzt auch im Hintergrund schon seht, das ist einmalig. Auch aus engen Situationen, das werdet ihr dann auch gleich sehen, kann er sich ohne Probleme durchsetzen durch seine Balance, die ja, die wirklich gut bei ihm ist. Liegt bei 86, ich musste kurz spicken, liegt bei 86, auch wenn seine Stärke nicht so hoch ist, mit 46, kann er sich da aber immer gut durchwurschteln und schafft es dann immer diesen Pass noch zu setzen. Und es ist unglaublich, ihr seht auch hier einfach, man muss auch nicht unbedingt gerade stehen, was ja sehr wichtig geworden ist, sondern man kann auch ruhig da mal den Spieler schicken. Ich habe euch hier mal ein Bild rausgesucht, in einem Spiel 14 Pässe und alle 14 sind angekommen und ich habe ja wirklich, ja, auch unmögliche Pässe probiert. Wahnsinn, also dieser Mann, ich will es eigentlich nicht ausdrücken, aber dieser Mann macht Iniesta definitiv Konkurrenz. Worin macht er, macht er niemanden Konkurrenz, das ist definitiv, er ist ein absoluter Chancentod, auch wenn das Tor jetzt hier reingegangen ist, auch mit viel Dusel. Was dieser Junge mir an Chancen verballert hat, er hat ein Finishing von 63, Positioning von 69, Positioning, nein, die Positionierung war gut, die will ich jetzt nicht runterreden, das Finishing, also eigentlich das Finishing, der Abschluss von 63. Es ist so furchtbar, wie dieser Mann Bälle an Pfosten setzt, der teilweise auch einfach nur nebendran schießt. Zum Schluss hin hätte ich wohl eher nicht nur das Schießen sein lassen sollen, sondern beziehungsweise mehr aus der Distanz. Denn durch seine 75 Schusskraft, er hat auch 75 Longshots, das sollte man nicht vergessen, ist er, glaube ich, da gefährlicher, als wenn er im Strafraum ist. Es ist unfassbar, wie er die Bälle teilweise versemmelt hat. Da bekommt er auch ein Minus, ich meine, so Dinger sind natürlich jetzt nicht, müssen nicht drin sein. Aber ich möchte mich bei diesem Minuspunkt jetzt nicht allzu lange aufhalten, dieser Minuspunkt ist definitiv da, sondern noch einmal ganz kurz zurückkommen, auch auf seinen Dribbling. Nochmal das Gesamtpaket Kiyotake, 89 Beweglichkeit, eine 86er Balance, also er ist auch wirklich nicht aus dem Tritt rauszukriegen. Ballkontrolle 82, das ist super, 79er Ingame-Dribbling. Und dann hat, wie gesagt, diese ganzen Passen, ihr könnt ja mal auf Futtert gucken, und der Passen ist alles komplett grün. Es ist wirklich super. Er hat, wie gesagt, nur 46 Stärke, das habe ich auch schon angesprochen, aber es hat für mich vollkommen ausgelangt. Dieser Mann ist eine absolute Kaufempfehlung von mir, dazu hat er noch 3 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung, und dieses Ding hat er natürlich zum Schluss auch noch in den Winkel gesetzt. So kam er dann zum Schluss, bei 7 Spielen, auf 3 Tore, 7 Torvorlagen, die gelbe Karte war ein Witz. Und, was habe ich zu ihm zu sagen, passen, egal, lang, kurz, knapp, knackig, wie auch immer, Top-Standards, Ecken, egal was, super. Sein Dribbling, er ist super beweglich, er hat eine hohe Balance, einfach top, top, top. Und vor allen Dingen dieses LM zu ZOM, ich habe ihn gerne schon als linker Mittelfeldmann gespielt, als ZOM ist er Gold wert. Minus Abschluss und seine Stärke, wobei, wie gesagt, er kann sich durchsetzen. Er kriegt von mir auf jeden Fall eine 9 von 10, ich war kurz davon, weil ich wirklich von ihm schwärme, eine 10 von 10 zu geben, aber die hätte er von mir nur gekriegt, wenn er mehr Tore geschossen hätte, das hat er leider nicht getan. Alles in allem, bitte, bitte, tut mir einen Gefallen, wenn ihr das nächste Mal ein Bundesliga-Team spielt, probiert ihn auf jeden Fall einfach mal aus, aber setzt ihn, wie ich es euch gerade gesagt habe, als Passmaschine ein und nicht als Torjäger. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass auch mal solche Reviews kommen, nicht nur schwarze Karten, sondern auch mal Up-Karten oder allgemein-Spieler, die mir gut gefallen oder die mir aufgefallen sind. Und ja, das war es von mir und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und dann bleibt mir nicht mehr, wie immer zu sagen, macht's gut und ciao.